Christian? Ähm, ja, hi. Hi, Martina, freut mich. Ja, entschuldige die Verspätung, aber hat ein bisschen länger gedauert. Meine Tochter wollte mir für den großen Abend unbedingt noch die Haare machen. Ich hab dir doch geschrieben, dass ich eine kleine Tochter habe. Ja, ja, klar. Gut. Ist gar nicht so leicht, als Mama einen neuen Mann kennenzulernen. Glaubt man gar nicht. Als wären wir Mütter irgendwie anders. Dabei sind wir ganz normale Frauen. Nur eben mit Kind. Hast du auch Kinder? Nee, noch nicht. Naja, aber es nicht ist. Gelächter. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Vielen Dank.